In diesem Film zeigt Ihnen der Trainer das Verflüssigen und Filtern des Himmels, um der Transparenz ein realistischeres Aussehen zu geben. Für eine richtige, gute Transparenz reichen diese Schritte, die wir bisher vorgenommen haben, leider noch nicht ganz aus. Wir haben bisher das Glas transparent gemacht und das Ganze über eine Maske so geregelt, dass man auch wieder etwas vom Glasreflex erkennen kann. Und dennoch möchte ich Ihnen zumindest in diesem Film mal zeigen, wäre es sinnvoll, wenn wir den Himmel an dieser Stelle ebenfalls diesem Glas anpassen würden. Wenn man da mal durchschaut durch so ein Glas, gerade wenn man hier die Struktur des Glases mal ein bisschen betrachtet, dann sieht man, das ist nicht das teuerste Glas, das wir hier verwenden. Denn das ist kein Bleikristall und selbst wenn es eines wäre, dann muss diese Form mit einem Brechungsindex versehen von ungefähr, schätze mal 1,3, 1,4, dann muss diese Form eben auch den Hintergrund, diesen transparenten Hintergrund hier verzerren, auf die eine oder andere Art. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Ich möchte Ihnen mal beide zeigen. Beide funktionieren verhältnismäßig schnell oder deutlich schneller zumindest, wenn wir zuvor eine Auswahl treffen. Damit unser Himmel davon verschont bleibt, nehme ich mir hier lieber eine Kopie des Himmels. Dann hole ich mir das Polygonlasso und nehme mal eine grobe Auswahl vor, so weit außerhalb, dass ich sicher bin, dass die Transparenz davon nicht beeinträchtigt wird, beziehungsweise dass ich sicher bin, dass alles, was ich jetzt hier durch das Glas hindurch sehen kann, sich innerhalb dieser Auswahl befindet. Wie gesagt, das müssen Sie nicht unbedingt tun, aber wenn man eine solche Auswahl verwendet, dann werden Sie gleich sehen, ist man einfach schneller fertig, denn wenn ich jetzt den verflüssigen Filter-Dialog lade, ist diese Auswahl bereits geladen und nicht das ganze Bild und macht die Sache deswegen ein klein wenig schneller. So groß brauchen wir es nicht, so ungefähr reicht das vollkommen aus und jetzt können Sie sich hier komplett austoben, können machen, was Sie wollen, können die Pinselgröße, die Dichte variieren. Man kann hier eigentlich nicht besonders viel falsch machen. Es geht nur darum, eben eine gewisse Verwerfung dieser Wolken hier darzustellen. Vielleicht sollten Sie nicht gerade sowas machen, das wirkt doch ein bisschen sehr aufgesetzt, das muss nicht unbedingt sein, aber wir können auch mal von vorne beginnen. Sowas hier in dieser Art, das können Sie jederzeit tun. Und wenn Sie sich dann vertan haben, haben Sie gerade gesehen, können Sie hier über diesen Button alles wiederherstellen, zurückgehen, ohne dass Sie den kompletten Dialog abbrechen müssen. Da kann man sich stundenlang verkünsteln, es macht ja auch Spaß. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, deswegen bestätige ich diesen Dialog mal. Aber man sieht jetzt schon, dass wir hier eine Verzerrung haben und schauen Sie, wie schnell das ging. Die ist ruckzuck da, da braucht Photoshop nicht lange zu rechnen, eben weil wir nur einen Teil des Himmels hier innerhalb des Filters geladen hatten. So, was kann man auch machen? Es gibt noch die Möglichkeit, über die Filter und dort die Verzerrungsfilter zu gehen und da gibt es eine Geschichte, nicht Glas, sondern viel besser die Ozeanwellen und das im Glasmodus. Das gibt es als Ozeanwellen, das gibt es hier, das gibt es da und das sind diese Ozeanwellen, das ist das gleiche wie der Glasfilter und da kann man natürlich auch schöne Dinge tun. Also beispielsweise kann man diese Verzerrung festlegen, das entspricht so ungefähr dem, was billiges Glas tut, und der Wellenabstand dürfte etwas geringer sein, wie wir auch gesehen haben an dem Glas vorhin. Die Wellenhöhe, also die Art und Weise, wie diese Fahrflächen hier ineinander fließen, können wir auch ein bisschen geringer machen. Es geht ja nicht darum, hier zu zeigen, was der Filter kann, sondern den Filter möglichst an die Gegebenheiten anzupassen, was wir benötigen, wenn wir uns vorstellen, wir würden durch eine Glasfläche schauen. Ich habe jetzt einen Wellenabstand von 3 bei einer Wellenhöhe von 6, bestätige das und jetzt gehen wir mal dichter an die Schose ran und gucken mal, was draus geworden ist. Und jetzt hat man schon viel eher den Eindruck, dass man durch Glas durchschaut. Ich nehme das mal weg. So sieht es glatt aus und so sieht es aus, wenn wir das Glas fertig haben und damit würde ich sagen, können wir auch die Auswahl aufheben, die brauchen wir nicht mehr unbedingt und haben unser Glas soweit fertig, dass man tatsächlich von einer echten Transparenz sprechen kann. Und so geht's het og Sul. Das ist S. Und jetzt Europé. So Taiyu. So Taiyu. Why noters conator. So Taiyu. So Taiyu. So Taiyu. Untertitelung des ZDF, 2020